Hallo und herzlich willkommen, heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um The Possession of Hannah Grace, ein neuer Horrorfilm, der sehr speziell ist an manchen Stellen, aber auch sehr Standard. Was er genau kann, das erfahrt ihr jetzt. Lasst schon mal gleich ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Los geht's! Ich konnte hören, wie eine Leiche geatmet hat. Geatmet? Ja, wie ein Ausatmen. Megan ist ehemalige Polizistin, allerdings nach einem Vorfall mit ihrem Kollegen legt sie ihren Job nieder und er fängt in einer Art Leichenhalle in einem Bostoner Krankenhaus an. Und das Ganze ist vom Setting eh schon mal sehr komisch, denn das Ganze ist ein riesen Betonklotz und sie muss im Keller sozusagen Nachtschichten schieben, um dort die Leichen, die ankommen, zu verwahren sozusagen und sie zu katalogisieren und dann zu verwahren. Dementsprechend schon mal ein sehr komisches Setting, allerdings, ja, macht sie den Job, es funktioniert eigentlich alles soweit ganz gut, allerdings bekommt sie dann eines Nachts eine sehr spezielle Leiche, nämlich die von Hannah Grace. Und die ist, ähm, ja, einem Exorzismus zum Opfer gefallen, also in ihr soll ein Dämon sein und das Problem ist, nachdem diese Leiche ankommt, passieren sehr, sehr viele seltsame, komische Dinge immer wieder und ja, wie es scheint, ist dieser Dämon, obwohl Hannah Grace eigentlich tot ist, immer noch in ihr und ja, äh, treibt sein Unwesen. Und so passieren sehr viele seltsame Dinge und natürlich werden auch einige Menschen dabei dran glauben müssen. Das ist so die Grundstory und ich muss sagen, für jeder, der so auf dieses Exorzismus-Zeug, äh, und Dämon, also Exorzismus kann ich eh so erstmal gar nicht haben. Ich finde das immer so nervig, wie das immer mit dieser, ähm, ja, Weihwasser und Kreuze und bleib weg und so, äh, nee, kann ich immer nicht haben. Das ist hier nur ganz kurz am Anfang und dann sind wir wirklich in diesem cleanen, in dieser cleanen Umgebung, in diesem Betonbau, was sehr, sehr cool aussieht, komme ich gleich noch zu. Und so, äh, funktioniert das eigentlich ganz gut, weil selbst ich würde dann sagen, okay, das kann ich mir noch anschauen, weil so reine Exorzismus-Dinger finde ich jetzt nicht zu prickeln und jeder, der sich aber für sowas interessiert und denen das gefällt, der kann sich das hier definitiv angucken, weil es wirklich kurzweilig ist. Allerdings muss man sagen, von der Story her, wir sind hier bei knappen 90 Minuten und es wirkt schon so an meisten Stellen, als ob da einfach mal was rausgekürzt wurde. Ach, das kürzt mal raus und das kürzt mal raus und ach ja, ach, da, da noch, wir müssen auf Länge kommen. Und dann haben wir teilweise so Sprünge drin, wo man sich denkt so, okay, irgendwie schwierig. Weil das Ding ist, der Film hat einen R-Rate, in Amerika Kürzungen wären hier gar nicht so nötig gewesen, in Deutschland ist er ab 16, also da wirklich schade, weil es teilweise zu sprunghaft zwischen einzelnen Szenen hin und her geht und manchmal auch Leute nochmal reingeschrieben werden, also die wiederkehrend sind, wo man sich denkt, warum, hätte ich jetzt gar nicht gebraucht. Dementsprechend ein bisschen schwierig, von der Geschichte her trotzdem ein 0815 Horrorfilm von der Story her. Ja, in dieser Regel Horrorfilm 3 von 5 Punkten, sonst wären wir definitiv schlechter. Von den Schauspielern her muss man sagen, die machen das alle eigentlich ganz gut. Wir haben hier Shelley Mitchell, die macht das als Meghan wirklich gut, ist überzeugend, ist auch mal ein anderer Charakter, aber sie, insgesamt ist sie okay, der Rest vom Cast ist in Ordnung, nichts tiefgehendes, krasses Schauspiel hier, 3 von 5 Punkten solide, aber weder schlecht noch überragend gut. Technisch muss ich sagen, sieht der Film sehr cool aus, denn wir haben hier einen Film, der rein mit einer Sony Alpha 7 S2 gedreht wurde, also einen Film, der rein mit einer spiegellosen Kamera gedreht wurde und das sieht man auch, denn wir haben hier sehr viele dunkle Szenen und die sind erstaunlich hell an manchen Stellen und rauschen wenig, also das ist richtig cool gemacht worden, also vom Look her ist das wirklich sehr, sehr nice und insgesamt, ja, auch die Location ist sehr, sehr cool. Wir haben hier einen reinen Betonbau, klar, es spielt alles wahrscheinlich sehr viel im Studio, wobei nicht mal unbedingt ein Studio, vielleicht wirklich in so einer Art, ja, Betonwüste da innen drin, also das ist vom Design ganz cool her, es gibt so einen Running Gag, wo Meghan dann immer so macht, weil sie eben unbedingt das Licht wieder anhaben will, weil es per Bewegungswälder geht, das ist so ein gleich kleiner Running Gag, aber so von der rein technischen Umsetzung sieht das sehr, sehr cool aus und das Sounddesign ist an manchen Stellen so widerlich, wenn, ja, wenn bestimmte Geräusche zu hören sind. Dementsprechend so, ja, aber widerlich gut im Sinne, also es ist wirklich krass, dementsprechend hier vier von fünf Punkten ist wirklich cool umgesetzt worden. Dementsprechend komme ich jetzt auch schon zu meinem Fazit, ich muss sagen, The Position of Hannah Grace ist ein klassischer 0815 Horrorfilm, was die Geschichte angeht und das Schauspiel, das ist ein klassischer Horrorfilm, 90 Minuten, kann man sich angucken, wenn man sich dafür interessiert. Trailer ist immer ein bisschen schwierig, weil der immer schon ein bisschen viel verrät, aber wir haben hier wirklich, muss man sagen, einen Film, der kurzweilig ist, man kann sich den gerne angucken, jeder, der auf dieser Art von Horrorfilm steht, kann sich den anschauen und alle, die da jetzt zu viel reininterpretieren, ey, sorry, das ist ein 0815 Horrorfilm. Der macht nichts Besonderes, der ist weder schlecht noch überragend gut, es ist ein Standard-Horrorfilm. Das Kino gibt es von mir, weil ich persönlich nicht so auf diese Exorzismus-Sachen stehe und ja, nur 2 von 5 Punkten, aber insgesamt sind die dann trotzdem bei einer soliden Wertung von 12 von 20 Punkten, kann man sich angucken, muss man sich aber echt nicht im Kino angucken. Das war es soweit mit dem Video, ich hoffe, es hat euch gefallen, schreibt mir mal eure Meinung zu solcher Art von Horrorfilm in die Kommentare und ja, in diesem Sinne, lasst auch ein Abo da, aktiviert die Glocke, bis demnächst und immer schön weiterzucken. Ciao! Ciao!